Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Episode Diamant Simulator in Roblox. Und wir befinden uns hier oben bei einer Miene. Willkommen im epischen Bergbau Sim. Geht hier rüber zum Amboss, um deine Mining Power zu erhöhen. Haben wir den goldenen? Nein, verdammt, den haben wir leider nicht. Oder wollen direkt, dass wir den kaufen? Ne, den beruhigt euch mal. So, wir können jetzt hier ganz normal auf den Amboss kloppen und erhöhen damit, ihr seht das oben, unsere Stärke. 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt soll ich rübergehen und Blöcke abbauen. Und je nachdem, wie stark wir sind, können wir die abbauen und kriegen dafür Geld. Okay, oh, jetzt sind wir schon beim Eisen. Das ging aber tatsächlich ziemlich schnell, ne? Die neue Osteraktion im Banks Shop steht an. Und zwar bekommt jede Bestellung ab 8.3. um 12 Uhr eine handsignierte Autogrammkarte mit Special Ostereiersuche auf der Rückseite. Außerdem bekommen die ersten 1000 Bestellungen eine limitierte Schoko-Ostereier-Banks-Box. Schlag auf jeden Fall beim neuen, limitierten Special Banks Graffiti-Hoodie zu. Und außerdem wurden natürlich auch alle weiteren Produkte gerestockt. Geht auf www.banks.shop, Link in der Videobeschreibung und schlag zu. Oh, ich hab ne Fee bekommen. Ähm, okay. Das ist übrigens kein Eisen, das ist Stein. Ich weiß nicht, ob der Stein so komisch aussieht, aber wir haben Erde und Stein hier am Start. So, was will denn das Spiel jetzt hier von mir? So, wir müssen jetzt an die Oberfläche und, oha, jo, teleportiert. Hier gibt es so viel, Alter, zu erkunden. Wartet mal. Erstmal gibt's hier ein kostenloses Geschenk. Oh, ey, wenn wir noch eine Stunde 40 spielen, dann kriegen wir die Atombombe. Okay, ich glaub, wir haben wirklich einen Trank hier freigeschaltet. Hier, glückliche Eier haben wir doch freigeschaltet. So, was ist das hier? Es gibt PvP. Es gibt ein kostenloses Geschenk. Okay, warte mal. Schließe dich der Gruppe bei und kostenlos. Ah, den Doge, den hab ich schon. Hier, mal 10 mit dem Doge und mal 5 mit der Fee. Keine Ahnung, warum ich die Fee bekomme, aber ich hab's auf jeden Fall. Und ich hab ein Dynamit auch bekommen. Ich hab ein Dynamit bekommen. Okay, lass hier nochmal runtergehen zu meinem Zack. Und jetzt möchte ich mal ganz gern das Dynamit aktivieren. So, jetzt haben wir das Dynamit da geplaced. Wow. Boah, das hat dick Blöcke kaputt gescheppert, Alter. So, und ihr seht rechts, je weiter nach unten ich bin, desto mehr Wins kriege ich. Wir haben hier Atombomben. Ah, das ist Robux. Und wir haben hier Jerry. Ah, bei Jerry können wir unsere Spitzhacke verbessern. Dann machen wir das mal. Jetzt kriegen wir 5% mehr Stärke. Boah, es gibt sau viele Spitzhacken, ne? Okay, dann gibt's ein Minispiel. Eine neue Mine kommt in drei Tagen. Aber wir haben hier erstmal noch 25 Wins. Dann schalten wir das nächste Gebiet frei. Ey, es gibt so viel, ne? So, let's go. Da, 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 das habt ihr gesehen. So, wir ballern uns hier jetzt nochmal durch. Unsere Stärke, die wir haben, reicht auf jeden Fall für diese Mine. Es gibt... Oh, wobei, weiß ich nicht. Jetzt ist hier plötzlich Silbererz. Hä? Und was ist das? Kupfer? Irgendwie ist die Mine besser geworden. Kann das sein? Wird die besser mit jedem Mal, wo ich sie durchspiele? Ich krieg auch brutal zu viel Cash jetzt hier plötzlich. Und die Sachen sind... Ich hab mich doch viel krasser durchgerockt beim ersten Mal. Aber... Okay. Ey, da ist doch ein Smaragd. Ah, nee, das ist Kupfer. Mann, das sah voll wie Smaragd aus, ey. So, wir haben 1300. Ich glaub, das war nur so eine Tutorial-Mine, wo wir da beim ersten Mal da waren. Ich glaub, das ist jetzt die richtige. Und hier cashen wir übelst ab. Problem ist, wir brauchen definitiv mehr Training und vielleicht auch eine bessere Spitzhacke. Vielleicht auch bessere Haustiere. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen was. Ich will aber die 3000 noch voll machen. Ja, und da haben wir die 3000 voll. So, wir gehen an die Oberfläche kurz. Beamen. So, wir beanspruchen erst unsere tägliche Belohnung. Das ist zwei Dynamit. Die werden wir natürlich benutzen. So, wir können... Ähm, was? Wie viel kostet ein Rebirth? 5000, Alter. Und wo gibt's Eier? Hier. Äh, 5 Vins. Okay, dann für 5 Vins. Äh, holen wir uns mal. Was bringen denn Haustiere überhaupt? Mehr Stärke beim Training. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Schaf. Und ich würde sagen, eins holen wir noch. Also, mehr können wir eh nicht holen, weil da bin ich tatsächlich pleite. So, und jetzt haben wir... Genau, wir haben eine Kuh, ein Schaf und ein Häschen. Und die rüsten wir alle aus. Und jetzt haben wir insgesamt nochmal 3... 3, 3, 9... 9 Stärkeboosters. Wenn ich jetzt hier drauf scheppere, müsste es eigentlich... Oh, ich krieg 25 Stärke. Yo. Okay, das ist tatsächlich... Das ist crazy. Okay, ich kann, soweit ich es erkennen kann, mein Geld nur für Rebriffs und neue Spitzhacken austauschen. Ich bin jetzt so stark, ich werd komplett durchracen jetzt. Pass, ich mach mal die 1000 voll, würd ich vorschlagen, oder? Zack, 1000 voll. So. Ähm, kann ich meine Haustiere irgendwie verstecken? Das ist hier. So. Die blockieren ja die ganze Sicht, ey. So. Die nächste... Achso, nee, warte, ich hab falsch gescored. Ich wollt schon sagen, wie teuer, Alter. Okay, das gibt nochmal 5% mehr Stärke vermutlich ist das. So, jetzt geil ist, wir können es jetzt hier einfach durchfallen lassen. Und dann gehen wir hier runter. Und dann graben wir uns hier weiter. Und jetzt one-shotten wir nämlich alles und holen uns die 5 Wins eingetütet. Und wir gehen direkt nochmal durch. Wir haben ja jetzt die Stärke. Ey, jo, da hat sich einer mal in meinen Dings, in meinen Minenschacht geglitscht, Alter. Der will hier auch ein bisschen abstauben, Mann. Okay, wenn wir nochmal... Ey, nochmal, da können wir in die neue Dimension. Also in die neue Welt. Da gibt's eine bessere Mine, bessere Erze. Bin gespannt, was es da dann für Erze gibt. Hier gibt's ja nur Kohle, Kupfer, Eisen. So, wir haben 31 Wins. Das heißt, wir können das jetzt hier aufsprengen. Oder wir haben das... Oh, ja. Okay, geil. Zack. Mhm. So. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Hier machen wir wahrscheinlich jetzt mal 8. Ich mach 200 Stärke pro Hit. Hä? Okay. Das ist crazy. Ähm, wir brauchen 150 Wins. Das ist nix, glaub ich. Hier können wir uns neue Haustiere. Wir können mal das Rad drehen. Wir haben zwei kostenlose Spinneronies. Da kriegen wir Wins. Wie viele? 25. Na, okay. Und nochmal, Spin. Was bekommen wir jetzt? Nochmal, Wins. Ich hab fast den 1%-er gerockt. Das wär krass gewesen. Ähm, was ist das hier? Codes. Dann hier ein weiteres kostenloses... Achso, das ist das Geschenk. Das hab ich schon. Ähm, warte. Ich geh mal ganz kurz nochmal zurück. Warte. Wir trainieren mal ein bisschen. Ich trainier mal noch auf... Ich wollte 3000 sagen, aber das geht viel zu schnell. Wir machen 5000. Und soweit ich 5000 hab, geh ich nochmal zurück in die Welt davor. Und ich will mal das Minispiel spielen, was es da gibt. Weil ich vermute, man kann da irgendwelche Booster freischalten oder sowas. Lass mich das mal abchecken. Hier. Ja. Hä? Oh, das ist cool gemacht. Ja. Okay, ich muss quasi einfach so links und rechts steuern. Der läuft quasi von... Der läuft von selbst, sozusagen. Yo! Das ist OP! Das hat bestimmt einen Cooldown, oder? Nein, ich hab... Oh, ich hab eins gekackt. Alter. Ich hab alle bis auf eins, glaub ich. Nee, okay, das hat mir auch gefehlt. Das hat... Das ist komplett OP gewesen. Und das hat keinen Coo... Ah, doch, vier Minuten. Ich wollte schon sagen. Ey, wir haben 12.000. Wartet mal. Da können wir uns hier die 12.5er-Spitz. Und wir überspringen sogar eine. Zack. Die gibt uns... Ähm... Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wird mir... Ah, doch, wartet. Äh, 30. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Naja, wird schon passen, Leute. Wird schon gut sein. Ich hab auch zweimal Dynamit, ey. Das müssen wir eigentlich auch noch benutzen. So, jetzt mal Neu-Emin. Ich bin mal gespannt. Lass direkt für die Oberfläche mal Dynamit scheppern. Und... Zack. Gold. Wir haben jetzt auf jeden Fall Gold. Das one-shotten wir. Wir haben Smaragde. Ey, wenn hier jetzt schon Gold, Smaragde, Saphire, Diamanten. Diamanten am 100.000 HP. Ach, du heilige Güte. Da muss ich ganz schön hitten, ey. Aber ich glaub, ein Win ist möglich. Ich bin gespannt. Ja, ja, jetzt kommen die schlechteren Blöcke. Aber Diamanten... Guck mal, ich hatte grad irgendeinen hier Kost... Ne, warte, kostbarer Stein. Kostbarer Schmutz. Ey, das ist Rubin, Junge. Ey, es gibt gefühlt jedes Erz hier schon. Was gibt's denn da den nächsten? Das muss ja komplett OP sein, was es dann für Erz in den nächsten Minen gibt, oder? Okay, wäre egal. Wir ignorieren jetzt mal links und rechts. Wir wollen einfach nur mal nach unten ein paar Win's abstauben. Rubin ist auf jeden Fall schle... Ich hab ne Kiste! Oh, die hat 150.000 gegeben. Das ist lecker tatsächlich. Und zack. Und wir kriegen 50 Win's. Reicht für ein hunderter Haustier. Wir gehen rein. Und... Ein Elch. Was macht ein Elch? Au! Okay, nee, das lassen wir lieber. Puh! Ähm, so, wir rüsten aus. Hä? Wo ist... Ah, hier Elch. Mal 20. Okay, das scheppert, Alter. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen trainieren. Achso, ich hab ja den goldenen Komp mit den Amboss gar nicht, ey, verdammt. Aber, naja. Ich geb mal wirklich mein letztes Hemd aus. Ich hab keine Robux jetzt mehr. Jetzt haben wir aber dafür den goldenen Amboss. Und der scheppert anders. Guckt euch den mal rein. 12.000, 13.000, 14.000, 15.000. Wir machen den Zwacken voll, würde ich sagen. 20.000. Und... Aber wir müssen früher oder später auch mal rebirthen. Da kriegen wir 10% mehr Schmiedeleistung und verlieren alles. Hm. Aber behalte ich meine Welt? Warte mal, lass mich mal kochen. Äh, ja, können wir eigentlich machen. Okay, wir verlieren alles und behalten aber die Welt. Okay, jetzt brauch ich 20.000. Das ist aber arschviel, ne? Aber jetzt mach ich 783. Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich vorher gemacht hab, aber ich glaub weniger. Dann gehen wir mal mit 20.000 durch. So. Wir sind nur auf die Wins. Wir geiern ja nur auf die Wins, Alter. Geld... Wir haben ja jetzt schon 42.000. Ja, da macht's ja komplett Sinn, wenn ich jetzt hier wieder rebirthe. Jetzt hab ich meine Stärke verloren. Jetzt muss man mal in die Oberfläche zurück. Ja, da macht's erstmal Sinn, ein bisschen durchzureberfen, glaub ich. Ich glaub, 10.000 ist auch viel zu viel. Ich mein, so viel brauch ich da gar nicht, um da durchzurocken. Ich glaub, 10.000 reicht da vollkommen aus. 7, 8, 9, 10. So, jetzt gehen wir hier runter wieder. Und wir können schon wieder rebirthen, oder? Nee, 80.000 dieses Mal. Ach, warte mal. Der Rebirth, das ist gar kein Geld. Das check ich jetzt erst. Das ist Stärke. Wir brauchen 80.000 für den nächsten Rebirth. Okay. Aber 80.000 ist eine Menge, Alter. Na, wir haben ja... Okay, wir haben nicht genug Wins. Wir könnten uns ein Haustier holen. Das würde uns halt nochmal ein bisschen Schmiedeboost geben. Schmiedeboost ist schon nicht doof, weil dann können wir auch schneller rebirthen. Okay, scheppern wir mal. Ein Elefanten, Alter. Der gibt uns mal 14. Und jetzt sind wir auch 7 von 7 perfekt ausgerüstet. Jetzt würde ich sagen... Oh, ich würde eigentlich schon nochmal gerne Rebirthen. Aber 80.000. Na gut. Ist ungefähr... Weiß ich nicht. 75 Mal hämmern. Ja, nee. Das geht schnell. Das machen wir. Ich habe ein Geschenk. 2 Dynamit. Und dann gibt es TNT. Und dann gibt es die Nuke. Alter. Yo, wir haben 80.000. Wartet mal. Wieder geboren. Zack. Und wieder trainieren. Jetzt würde ich eigentlich nur trainieren, dass ich One-Shot da durchrocken kann. Ich würde sagen, nächste Welt ist jetzt am Drücker, ne? Boah, es kommen doch brutal viele Welten. Ich weiß beim besten wenig, was da für Ärzte dann auf uns warten sollen. Aber okay. So. Wie viel wins brauchen wir denn? 150. Na gut. Let's go. Ich habe so viel Geld, Alter. Ich kann mir so gestörte Spitzhacken kaufen, Alter. Ich habe 630.000. Da kannst du mit dem Geld tatsächlich nur Spitzhacken kaufen. Sonst nix. Weil Rebirthen tust du mit Stärke und Haustiere und Neue Welten mit Wins. Und das sind die drei Währungen, die es gibt. Stärke, Wins und Geld. Seht ihr hier oben. Na gut. Äh, warte mal. Jetzt haben wir... Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, 150.000. Alter Schmackhoff. Hat's noch eine Kiste? Hm. Wir haben genug. Wir zünden das TNT. Zünde ich dann beim nächsten Portal eine Nuke? Das wäre geil. Nee, noch nicht. Schade. Aber vielleicht irgendwann mal gucken. Oh. Hm. Okay. Wie viel gibt der Goldene? 200. Ich mache 15.000. Wie brauche ich denn für einen Rebirth? Nee, warte. Vorher wir Rebrüfen. Muss ich... Äh... Ah, verdammt. Hm. Ja, ich muss alles ausgeben. Versteht ihr? Meine Wins. Komm ich hier durch mit? Äh... Oh, nee. Sandstein. Okay, es gibt quasi diese ganzen Erze noch mal am Sandlevel. Ägyptisches Erz. 16 Millionen. Palmenerz. 12 Millionen. Sonnenscheinerz. 8 Millionen. Ja, okay, Leute. Also das ist tatsächlich für mich dann doch etwas zu heftig. Äh, wir gehen mal zurück. Hm. Ich will mal eine neue... Warte, kann ich mir hier... Ach, ich kann mir hier auch Spitzsacken kaufen. Okay, warte mal. Wir haben 5 Millionen. Ja, ja, das ist crazy. Guckt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir überspringen 6 Spitzsacken und gehen auf plus 55%. Ausgerüstet. So, und jetzt muss man hier auf jeden Fall mal trainieren. 15.000 scheppern mal rein. Ah, das macht Speed, kann das sein? Die Spitzsacken verbessern Speed. Ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt, was die machen. Guckt mal. Ja, ja, guckt mal, wie langsam die erste Spitzsacke ist. Und guckt mal, wie schnell die jetzt ist, die wir jetzt haben. Ja, ja, ja. Zuschlagegeschwindigkeit, das Big. Ich wollte sagen, eine Million reicht, oder? Zack, eine Million. Jetzt gehen wir hier nochmal in unser Loch rein. Und jetzt versuchen wir mal. Ja, jetzt geht das doch. Ägyptisches Erz, Alter. Was ist das? Oasenerz. Wow. Palmenerz ist mit 12. Ah, nee, ägyptisches Erz ist das Beste mit 16 Millionen. Dann kommt aber... Oh, nee. Hyroglyphenerz, Bruder, mit 20 Millionen. Neues Bestes. Alter, ich habe 80 Millionen. Ich bin so rich. Ägyptisches Erz. Alter, massenhaft ägyptisches Erz. Wirklich, als wenn es nichts Besonderes wäre. Aber das ist das Zweitbeste. Aber wieso mit ägyptischen Erz auffalten, wenn man auch das Hyroglyphenerz abbauen kann, Junge, für 20 Millionen? Das scheppert ja köstlich-schmächtlich. So, wir racen mal durch. Was ist das? Kaktuserz. Das ist aber schlecht. Wir müssten eigentlich gleich Hyroglyphenerz nochmal. Wir haben 240 Millionen, Junge. Und zack. 270 Wins. Jetzt wird es Zeit für ein Haustier. Bob. Den Kaktus. Das würde doch passen. Hä? Hallo? Es gab keine Animation. Ich habe auch keinen Haustier bekommen. Ich wurde... Ne, 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 ne. Ich wurde gescammt, oder? Schmiert der Server ab gerade? Hallo? Hallo sind's? Ich scheiß mir in die Hosen. Mann, äh... Okay. Ich glaube, wir müssen... Aber wenn ich jetzt neu beitrete, dann kriegen wir ja nie die Atombombe. Ich glaube, das Minispiel skaliert mit. Ich habe mich jetzt halt gekillt und war am Spawn. Da dachte ich mir, na gut, wenn ich eh schon am Spawn bin, dann kann ich ja eh auch mal gut das Spiel mitmachen. Also die Spitzhackenstärke ist Quatsch. Aber das Geld schmeckt. Guckt mal. Zwei Millionen. Drei Millionen. Zwei Millionen. Zwei Millionen. Zwei Millionen. Zwei Millionen. Zwei Millionen. Zack. Das ist schon lecker, Alter. So. Gut, ja, was ist mit dem... Warte, kann ich jetzt da ein Haustier? Ich glaube, ich muss tatsächlich neu beitreten. Oh, das hilft nix. Ja, ja, das ist hier... Das ist Quatschig. Oh, Mann, ey. Egal, dann hole ich mir eine Atombombe so einfach. Mann. Ah, geil. Also jetzt habe ich zwar die Menüs wieder. Mein Haustier habe ich aber trotzdem nicht. Und meine Vins sind auch weg. Geil. Junge, ich wurde komplett gescammt, Alter. Was ist das denn? Also das 150er... Äh, das 200er einmalig. Kaufen wir definitiv nicht nochmal. Da fällt mir ein, jetzt wo ich 380 Millionen, gleich 400 Millionen Cash habe, sollte ich mir vielleicht eine bessere Spitzhacke holen. Und ich sollte jetzt auch noch mal ein paar Mal rebirthen. Bevor ich rebirthe, muss ich alles ausgeben. Okay, naja, 70 Wins ist jetzt eh nicht so viel. Wobei, wenn ich jetzt nochmal reinkomme, vielleicht hat es ja nur einmal gebackt. Wir können dem 150er allen nochmal eine Chance geben, oder? Aber ich habe jetzt nämlich 190. Das wird genau hinhauen. Ah, nee, es kostet 200. Oh, mir fehlen echt 10 Wins, Alter. Es ist ja unfassbar. Kiste. 250.000 für die Kiste allein. Schmeckt. Aber das ist gar nicht so viel, ne? Wenn ich überlege, ich kriege 16 Millionen für das ägyptische Erz. Wie viel gibt das Hieroglyphen-Erz? Wahrscheinlich 20 Millionen. Na ja, 20 Millionen. So, 300. So, wir geben dem einen nochmal eine Chance. Ich meine, vielleicht klappt es ja dieses Mal. Ey, ist das richtig gemein, Alter. No joke. Mann, ey. Ich hatte nur bedrohen. Okay, ja, egal. Ich kann rebirthen. 300.000 kostet das tatsächlich. Aber 300.000... Wie viel kostet es jetzt? 1,28 Millionen. Warte, wir können jetzt einfach eine bessere Spitz... Nein, ich habe... Oh! Ich habe gerebirth, bevor ich mir meine Spitzhack gekauft habe. Wir hätten... Wir hätten auf die gehen können. Oh nein, ich bin so gebrochen. Oh Mann, ich idioten Kind, Alter. Ich bin so wütend. Ich zünde die Atombombe. Ben Sonheimer. Oh! War übelst unspektakulär, ey. Aber wenigstens 132 Millionen verdient. Jetzt können wir zumindest uns hier die Kaktusspitzhack holen. Haha. Okay, ich habe tatsächlich mit der Atombombe ein bisschen mehr erwartet. Aber, na gut, ne. Jetzt schlagen wir einmal zumindest die Kaktusspitzhack verdient. Und wir können wieder alles von vorne uns einholen, weil wir neu... Wir müssen ja eh gleich schon wieder neu beitreten. Wir können ja keine Austiere mehr kaufen. Und wir haben genug Wins verdient für die nächste Mine. Tada! Ähm, Weltraum. Das ist Welt... Space Mine. Ja, natürlich, natürlich. So, Haus... Also, vielleicht kappt ihr jetzt hier mit den... Oh, die sehen aber cool aus. Ne Galaxiedrache. Nyan Cat. Kosmischer Schleim. Okay, das ist cool, das ist cool. Ich müsste ein paar Spins wieder haben, oder? Ne, schade. Versuch, was wert. Ähm, okay, den Hammer. Oh, der sieht geil aus, ne. So ein Space Amboss. Aber gut, macht keinen Sinn. Aber wir haben 780 Millionen. Warte mal, da muss man doch jetzt hier irgendwie... Äh, ja, wir können... Boah, 2B. Die ist jetzt teuer. Wir können aber zumindest die Euroglyphenspitzhacke benutzen. Und jetzt wird's teuer, ey. Na gut, wir trainieren mal ein bisschen. Boah, wir trainieren heftig. Und wir schlagen auch brutalst schnell zu. Und wir kriegen auch heftig viele übrigens... Guckt mal rechts unten. 375. Ich sag, wir machen 5 Millionen mal fit. Mit 5 Millionen kommt man, glaube ich, schon weit. So, jetzt gehen wir mal... Ich mach mal nochmal Dynamit. Ich mach mal mehr, ich mach mal alle... Achso, man kann immer nur eins gleichzeitig, verdammt. Dynamit. Okay, was ist das? Monderz. 100 Millionen, Bruder. Asteroiden... Ja, nein, 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 nein. Wir müssen definitiv mehr trainieren, Leute. Raketenerz. 500 Millionen, ey. Da will ich jetzt aber wirklich so viel Cash für sehen. Okay, 500 Millionen macht Sinn. Weltraumschmutz, One-Teppich. Monderz ist auch nicht so krass. Neptunerz mit 800 Millionen. Ich glaub, das ist bisher das wertvollste Erz, was wir bisher hatten. Wir können uns so eine krasse Spitzhacke gleich kaufen. So, dann haben wir hier... Ah, nochmal, Back-to-Back. Was ist das hier? Alien-Go-Erz für 2 Milliarden. Okay. Alter. Ja, okay, ja, okay. Wir brauchen halt bessere Haustiere, ne? Haustiere sind hier gerade das massivste Prolimat, was uns zurückkehrt. Ich hoffe, in dieser Welt baggen die nicht so. Aber dafür Haustiere brauchen wir Winz. Warte mal, ich halte mich hier mit den völlig falschen Sachen auf. Ich muss mich runtergraben. Aber egal, jetzt haben wir das angebrochen. Jetzt würde ich die 2 Milliarden natürlich auch eingetütet haben. Ja, ja, krass, krass, krass. So, wir gehen immer schön hier. Monderz. Was ist das hier? Sternchenerz eine Milliarde? Aber da wollen wir uns nicht... Ja, ich bin halt zu schwach. Es dauert zu lange, ey. Aber wenn ich mich jetzt einmal runtergebaut habe, kann ich mir dann Haustiere leisten? Wir müssen uns halt durch diese One-Tap-Dinger hier machen. Das ist, glaub ich, eine kluge Taktik. So, hier, wisst ihr? Was ist das? Sonnenerz. Okay. An die Alien-Go-Go. Was ist das? Satellit. Das ist eine Kiste, glaub ich, ne? Was ist das? Galaxy-Erz. Okay. Das ist alles so schwarzes Loch-Erz. 1,7 Milliarden, Alter. Das dauert wieder. Jupiter-Erz. Mann, aber jetzt lass mich doch... Ich muss doch jetzt langsam mal durch sein, ey. Jetzt kann ich nicht mehr abbrechen. Jetzt sind wir schon zu tief drin. Oh nein, nicht Alien-Go. Nicht das wertvollste. Aber wie viel kostet denn die wertvollste Spitzhacke dieser... Ah, okay. Okay, teuer. Wir könnten uns halt die schon leisten. Oder wir sparen auf 15 B. Können wir auch machen. Ja. So. 2.100 Wins. Oh, ja, ja, ja. Das reicht. Bitte back jetzt nicht. Galaxy-Eye, bitte. Mit der Maus. Oh, zum Glück. Nice. Nur das eine ist verpackt. Außerirdische Hydra. Dreiköpfiger Alien, Alter. Der muss big sein. Mal 150, Alter. Der ist besser als alle... Warte mal. 20. Wie viel hatte ich denn überhaupt? 30, 40, 50. Ich hatte so ungefähr 50 insgesamt. Und der gibt mir 150. Das ist dreimal so gut wie meine ganzen alten Haustiere zusammen, alter Bruder. Okay, jetzt eigentlich... Warte, jetzt Spitzhacke. Ja, okay, ein bisschen ärgerlich. Wir müssen irgendwie 15 B verdienen. Wartet mal. Wir müssen irgendwie mal kurz durch. Kurz 15 B. Ja, das Theroiden-Erz ist schon mal ein guter Anfang. Aber reicht nicht. Brauchen das... Nee. Das ist Quatsch. Galaxy-Erz mit einer halben Million ist, glaube ich, ganz gut. So, jetzt sollten wir eigentlich genug haben für die Galaxy-Spitzhacke. So, wir gehen an die Oberfläche. Und, ja gut, die 700 jetzt ein bisschen zu verprassen, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wartet mal. Weil die verliere ich jetzt gleich, wenn ich rebirthle. Wir wollen die ja nicht verschwenden. Das heißt, wir gehen mal in die Wette davor. Und holen wir mal das teurere Ei. Das wird ja nicht buggen, oder? Die werden ja nicht beide buggen. Ach so, ich habe mich kurz gewundert, dass eben das Bild war falsch. Das Bild war aus Galaxy. Ich dachte, ich habe einen Bug gefunden, dass ich jetzt das teurere Ei billiger holen kann. 75 ist auch ein leckeres Haustier. Warte mal, ich denke, ich kann das nochmal holen. Wie teuer war das? Ah, nee. Okay, kannst du vergessen. Wir gehen in den Rebirth. Boom. Alter, ich haue jetzt so schnell auf den Amboss ein, Alter. Wie schnell mache ich denn dann am Ende? Es gibt ja noch arschviele Spitzhacken, ey. Warte, und wir haben direkt den nächsten Rebirth. Zack. Oh, der nächste 81 Millionen, der ist teuer. Wie viele Winz brauche ich denn? 3.500. Auch teuer. Der letzte Durchgang, wenn wir Ditte geschafft haben, dann sollten wir genug haben, um in die nächste Welt zu kommen. Und ich bin gespannt, dass das ein Thema das hat. Was mich wundert, ist, wenn ich hier auf TP gehe. Ah, Bruder, es gibt ja noch übel viele. Ich habe nicht gescrollt. Ich dachte, ich bin schon bei der letzten. Alter. Ja, okay, okay, okay. So, warte, wir greifen uns hier einfach mal ganz kurz durch. Müsste eigentlich gleich Ende sein. Weil rechts dieser Zeiger ist ein bisschen verbuggt. Weil dadurch, dass da so ein Hohlraum ist, fliegt man halt einfach den Rest nur runter. Ja, seht ihr? Bapp. So. Und jetzt sprengen wir uns in die nächste Welt. Explodier. Vulkanmine. Ah, ja. Okay, es gibt neue Haustiere, natürlich. Es gibt einen neuen Amboss, natürlich. Kann ich eigentlich mit den Haustieren irgendwas machen, sag mal? Nee. Boah, jetzt gibt es halt diese Vulkanspitzhacken. Wahrscheinlich Obsidian und so ein Kram. Wir können uns die hier kaufen. Und wie schnell schlage ich zu? Guckt mal, oben die Animation von den Bildern. Das ist geil, das ist geil. Okay, warte mal. Aber ich werde mich ja jetzt hier nicht durchgraben können, oder? Drei Milliarden Vulkan Erde. Zehn Milliarden Basalterz. Ach, du heilige Güte, ey. Jetzt sind wir hier aber wirklich in der kompletten Obie. Ich brauche bessere Haustiere. Ich brauche massivst krass bessere Haustiere. Was ist das? Cracked Ore? Aber wartet mal. Jetzt sollten wir doch eigentlich mit Dynamit relativ gut vorankommen, oder? Wir spammen das Dynamit. Bam. Was ist das hier? Devil or Teufelserz? Ach, du heilige Güte. Mugi, nimm mal deinen Arsch weg. Ich sehe ja nicht, wo ich mein Dynamit habe. So. Boom. Wir nähern uns immer mehr den Win, Mugi. Den 1200, wenn es um genau zu... Was ist das, Alter? Smokingerz. Boah. Also wir haben uns jetzt schon gut runtergesprengt. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich es... Ja, guckt euch mal, wie lange ich für das Erz allein brauche. Warte mal. Das macht ja alles keinen Sinn. Wir gehen mal nach oben. Ja. Wir müssen weiter trainieren. Ey, wir haben gerade so viel Geld hier durchbekommen, nämlich 45B, dass ich jetzt einfach mir nur Obsidian-Spitzsage kaufen kann. Weil wir haben 363B. Boom. Wie schnell sind die jetzt? Warte, wir müssen, glaube ich, neu abbrechen. Und jetzt? Hohohoho. Alter. Junge, der kriegt doch Muskelkater, ey, vom ganzen Hämmern. Aber der Amboss sieht auch geil aus. Guckt euch den mal an. Das ist der Linke, ne? So, wir haben unsere Stärke verdoppelt. Ich würde sagen, wir gehen für den Verdreifacher. Und dann sollte man doch ganz gut durchkommen. Ich will ja nur einmal nach unten, dass wir genug Winz haben, damit wir uns ein geiles Haus hier noch ziehen können. Ich baue jetzt hier gerade wirklich das Teufelserz ab für 50 Milliarden, Alter. Ja, jetzt schon wieder, wenn wir das abgebaut haben, 360 Milliarden auf den Tacho. Boah. Vulcanic Dirt ist immer geil, Alter. Das müssen wir ein bisschen ausnutzen, weil da kann man sich immer sehr schnell... Das geht auch noch. Wir müssten es gleich geschafft haben. Und mit den... Ah, warte, das hier? Ne. Sieht so ähnlich aus, das Schlechte und das Gute. So. Oh, nee. Und zack. 6.000 Wins. Und das reicht für das vulkanische Ei. Let's go. Oh, Lavaschleim. Wir haben noch nie was Gutes gezogen aus den Eiern. Mal 200 kriegt der. Das macht eine gute Verbesserung meiner Haustiere, definitiv. Das kann sich sehen lassen. Und wir wollen jetzt nochmal einen Spitzhacken. Genau. Wir können nämlich upgraden auf die... Das sind weitere 10% für diese Spitzhacken. Und dann können wir, glaube ich, auch direkt einen Rebirth knallern. Ja. Let's go. Oh, wie viel machen wir jetzt? 3 Millionen pro Hit. Und wir schlagen so schnell zu. Das ist crazy. Oh, guckt mal. Da gibt es die Atomwelt. Seht ihr die? Oh, da wollen wir die. Ja, da wollen wir die. Leute, mit Atom-Spitzhacken, ey. Lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, wenn wir 10.000 Likes schaffen, dann hauen wir mal einen zweiten Teil raus. Würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos einfach auf den Button drücken. Und ihr unterstützt mich damit sehr. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut dran, euer Benson. Ciao. Ciao.